Der Durchbruch, glaube ich, war vor allem der Druck der zurückgehenden Teilnahme an den Motogenpass-Untersuchungen und man hat vermutet, dass es einen echten Verlust an Vorsorgequalität gibt und an Qualität, in denen die Kinder dann groß werden. Und das wollte man nicht wieder verlieren, nur weil man die Bezahlung dieser Untersuchungen oder den bezahlten Besuch dieser Untersuchungen eingestellt hat, nämlich bezahlt für die Patienten oder für die Eltern, um es genau zu sagen. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig und dass dieser Druck so groß geworden ist, dass die öffentliche Hand unbedingt sich gezwungen sah, hier etwas dagegen zu tun. Und die Idee, die wir hatten, war, glaube ich, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und wir haben mit den richtigen Leuten den Kontakt gehabt, sodass die, die Widerstand machen, die sagen, das kostet ja wieder Geld und das sind wieder Dinge, die uns belasten, wir entgegenwirken konnten und vor allem mittlerweile durch Zahlen belegen können, dass das, was wir tun, der Prävention, der Vorsorge nützt. Am Anfang standen eine Masern-Epidemie und die Kürzung der Mutter-Kind-Pass-Prämie. Österreich suchte Antworten. Das Land Steiermark fand sie in der Arbeit der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorgemedizin. Ich habe das für eine der kapitalsten Fehlschlüsse gehalten, die die Politik in diesem Bereich jemals gemacht hat. Ich habe mich auch in dieser Form artikuliert, weil man ganz einfach die Erfolge gesehen hat und gewusst hat, wenn man ein Anreizsystem bietet, wenn man den Eltern ein Anreizsystem gibt zu sagen, ich lasse die Kinder untersuchen, ich mache gewisse Vorsorgegeschichten, ich lasse sie impfen, dass das unglaubliche Erfolge gehabt hat, wenn man sich allein anschaut, wie sich die Säuglingsterblichkeit damals entwickelt hat, wenn man sich anschaut, was etwa konkrete Impfprogramme an Vorteile gebracht haben, was Folgeschäden betrifft, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und ich glaube, dass man da sehr kurzfristig gedacht hat und ganz einfach den schnellen Erfolg, sprich weniger Ausgaben gesehen hat, aber die Folgekosten sind mit Sicherheit höher und über die menschlichen Probleme, über das Leid und über alles, was da kommt, wird nicht geredet. Ein Jahr nach Gründung der Akademie startete das Scheckheft Gesundheit. Es verbindet Information und Impflogistik. Gerade wenn solche Diskussionen dann auftauchen wie damals mit der Reduktion dieser Prämie, kommt das Thema Impfen ganz speziell wieder in den Mittelpunkt, auch in den Medien und ich kann mich gerade damals erinnern, es hat sehr heftige Kontroversen zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern in den Medien gegeben. Auf der einen Seite natürlich auch Ärzte, die sich gegen das Impfen ausgesprochen haben, auf der anderen Seite das starke Bemühen der Impfbefürworter auf die Dringlichkeit solcher Maßnahmen für die Gesundheit der Kinder hinzuweisen. Impfen ist eine Vorsorgemöglichkeit, die in zwei Richtungen stößt. Nämlich eine ganz persönliche, das heißt Schutz vor sehr gefährlichen Krankheiten, aber natürlich auch Schutz für eine Gemeinschaft, für ein ganzes Volk. Wir wissen aus den Zahlen, dass die sogenannte Volksgesundheit mit der Einführung von Schutzimpfungen gewaltig verbessert wurde und insbesondere die Kinder- und Jugendsterblichkeit dramatisch zurückgegangen ist. Viele Menschen wissen heute nicht mehr, welche Krankheiten auch in Österreich gewütet haben und welche Schicksale damit erlebt werden mussten. Vieles ist schon in Vergessenheit geraten. Anderes hat sich neu entwickelt. Wenn man oft hört, ich habe noch Masern gehabt, das war nicht so tragisch, dann muss man mit behandelnden Kinderärzten reden und weiß, wie wichtig es ist, auch diesen Krankheiten wirksam zu begegnen. Um die Eltern, Kinder und Jugendlichen, aber auch Ärzte und Lehrer zu informieren, bietet die Akademie zahlreiche Informationsmaterialien an. Ein Magazin für Eltern von Kleinkindern, eines für die von Schulkindern, Impfbroschüren, Arbeitsmaterialien für die Schule, Spiele für Kinder und natürlich Fachinformationen für Ärztinnen und Ärzte. Und dazu zielgruppenspezifische Websites für Ärztinnen und Ärzte, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Jugendliche. Eine Besonderheit? Die Grundinformation für Eltern gibt es in neuen Sprachen. Für mich war besonders der Anfang der Zusammenarbeit des Landes mit der Akademie sehr interessant. Die Akademie hat ja schon vorher den Mutter-Kind-Pass für die Landesregierung administriert und dann ging es darum, dieses neue, damals 1998 neue Gratis-Impfkonzept für alle Kinder umzusetzen. Und die Anfänge von diesem Gratis-Impfkonzept noch ohne Akademie waren sehr schwierig. Und erst ab dem Augenblick, wo es diese Partnerschaft gegeben hat zwischen Landesregierung, öffentlichem Gesundheitsdienst und entsprechend der Akademie, hat es wirklich funktioniert und es war etwas, auf das man dann wirklich aufbauen konnte über die Jahre. Mehr als 1,4 Millionen Impfungen wurden über die Akademie administriert. Viele hundert Ärzte und Apotheken sind beteiligt. Rund 150.000 Kinder, Jugendliche und natürlich deren Eltern wurden bisher betreut. Man muss sich vorstellen, dass wir im Jahr circa 80.000 Impfpons hier in der Akademie geschickt kriegen von niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen, die alle Eingang in die Impfdatenbank finden müssen, sodass die Ärztinnen dann wiederum Abfragen an die Impfdatenbank stellen können. Und diese Impfpons dienen gleichzeitig zur Verrechnung. Das heißt, da darf einfach nichts schief gehen. Ein Impfservice in der Praxis hat uns sicherlich vorher gefehlt, bevor eben die Akademie für Vorsorgemedizin gegründet wurde. Dies hat uns vieles erleichtert, im Besonderem natürlich auch die Verrechnung mit den Patienten. Das Zweite, was natürlich wichtig dabei ist, dass die Eltern über diese Institution informiert werden, was alles notwendig ist. Wir machen das ja an sich sowieso, wir haben es ja auch früher gemacht, aber so glauben sie uns auch vieles mehr. Es ist einfacher, wenn zwei das machen und wenn eine große öffentliche Institution zusätzlich informiert. Weil wenn wir das allein machen, schaut das immer wieder so aus, ja die Ärzte, die wollen eh nur ein Geschäft machen. Das ist aber nicht so, weil so viel kriegen wir dabei nicht. Ich glaube die Institution der Akademie für Vorsorgemedizin hat uns einiges erleichtert. Die Hauptbotschaft an Rückmeldungen von Eltern oder Erziehungsberechtigten ist, dass sie ganz toll finden, was wir machen. Dass die Erinnerungsbriefe, die sie bekommen, als sehr wertvoll eingeschätzt werden, weil im Alltag ist es doch sehr oft der Fall, dass man es einfach vergisst im Trubel. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es die Eltern sehr wertvoll empfinden. Für uns ist es immer eine große Aufgabe, das Scheckheft zu produzieren, weil einfach jedes Blatt, jeder Scheck nummeriert ist, mit einem Barcode kodiert ist und diese auch fortlaufend in dem Scheckheft vorkommen und natürlich ganz abgestimmt zusammengetragen werden müssen. Das heißt, es muss ganz genau kontrolliert werden, es muss vorher wirklich genau aufbereitet werden. Es darf hier kein Fehler passieren, weil hier die Gutscheine ansonsten auch von den Ärzten nicht verwendet werden können. Wenn die Produktion läuft, kommen diese Bogen auch nach der Arbeitszeit unter Verschluss, sodass auf keinen Fall irgendwelche Daten bei uns hinausgehen. Dann werden die Daten bei uns gelöscht. Also diese Daten liegen auf keinen Fall mehr bei uns auf. Information bedeutet gleichzeitig Motivation. Information bedeutet, ich kann auch selbst im Gesundheitsbereich als Mutter, als Vater, als Eltern etwas unternehmen und etwas tun für die Gesundheit meines Kindes oder die Gesundheit von mir selber. Die Information ist einmal eine Grundvoraussetzung. Man kann Leute zu nichts zwingen und man kann nichts anordnen. Je informierter die Leute sind, umso eher werden sie vernünftige Maßnahmen freiwillig tun, freiwillig setzen. Wenn das vom Kleinkind bis zum Haupt- und Mittelschüler funktioniert, dann gibt das für die Zukunft eine aufgeklärte Jugend, die weiß, warum sie etwas tut. Möglicherweise auch weiß, warum sie etwas nicht tut. Man muss es schon offen ansprechen. Ich war immer dafür, dass die Akademie nicht nur auf einem Standbein steht. Das heißt, zuerst war das Standbein Mutter-Kind-Pass. Dann kam das große Standbein der Versorgung mit Impfstoffen. Und jetzt in letzter Zeit ist der Bereich der Suchtvorbeugung doch auch wieder ein noch kleines Standbein geworden. Es ist nämlich ein Bereich rund um das Schicksal Drogenkrankheit, das gerne versteckt wird und das gerne versteckt werden möchte. Ich glaube aber, dass gerade mit dieser professionellen und positiven Haltung der Arbeit in der Papiermüllgasse auch heute schon gezeigt werden kann, nach einigen Monaten der Arbeit, dass wir vielen Menschen ein Zurück in das soziale Leben mit Arbeit, mit Beschäftigung, mit geregelten Verhältnissen bieten können und so wiederum zwei Stoßrichtungen gut abdecken können, nämlich das persönliche Leid verringern, die Krankheitslast verringern, aber andererseits auch Schutz für die Gesellschaft bieten. Denn wir haben damit einen Rückgang der Beschaffungskriminalität. Wir haben sozusagen ein Gemeinschaftsgefüge wiederhergestellt, in dem es sich gut und gerne leben lässt. Ich glaube, das, was wir jetzt bis zum 15. Lebensjahr aufgebaut haben, sollte man durchaus fortsetzen. Denn das Warten auf Elga wird, glaube ich, ein langes. Und ich glaube nicht, dass es wir nicht ausnützen sollten, dass wir mit 15 einen vollen Jahrgang hier stehen haben, den wir dann sozusagen in die IT-Freiheit entlassen. Wir sollten es nicht tun, sondern wir sollten versuchen, diese Schüler und diese Lehrlinge bei uns zu behalten, als Datei und mit ihnen weiter Kontakt zu haben und sie an all die Impfungen, die Erwachsene dann betreffen, auch zu erinnern. Das wäre mein Zukunftswunsch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020